UNTERTITELUNG Ja, es ist sehr brutal und gefährlich. Mit einer technisch so schwierige Abfahrt gibt es sonst nichts. Du musst immer genau wissen, was du tust. Das ist dabei das Wichtigste. Wenn du einen kleinen Rückzieher machst, dann ist es am gescheitsten. Du schnallst ab und gehst nach Hause. Es braucht Kraft, die Konzentration, um etwas zu gewinnen, von was man eigentlich Angst hat. Ich freue mich wirklich. Wir lieben dich. Der Sturz war eigentlich ein sehr kleiner Fehler. Ich hätte sterben können. Das ist Vergratwanderung. Einen Schlag. Dann passt nicht mehr nach. Ich denke über die nächsten Meter, wenn der Tänkstache nicht mehr nach. Hoffentlich geht das gut aus. Das ist der Treiband. Der Streiband wird nicht mehr nach. Der Streiband wird nicht mehr nach. Der Streiband wird nicht mehr nach. Dann sind wir nach Hause, dass er nicht mehr nachher gehört wird. Die Hebristen wird nicht mehr nach. Untertitelung des ZDF, 2020